Musik Ja, was steigt jetzt wohl aus, wo am Zettel steht? Weiß. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Herzlich willkommen, unsere Helfer, meine Sekretärinnen. Herzlich willkommen, Klaus, willkommen zum Movie Hirsch Award. Und jetzt, meine Damen und Herren, heißen Sie es willkommen. Heißen Sie willkommen, Daniel Schumacher, herzlich willkommen. Und Vivian Riesemeister, herzlich willkommen zum Movie Hirsch Award 2011, vier Immobilien mit Grauchenwies. Für euch die rote Gangway, der rote Teppich nach oben. Herzlich willkommen. Ein Applaus für uns.